Hey Leute, hier ist die Leo vom Greenpaw Garten Kanal. Wollt ihr dieses Jahr noch mehr Tomatenernte aus eurem Garten rausholen? Dann habe ich hier einen Tipp für euch. Wir nehmen einfach 100 Gramm Hefe, 100 Gramm Tomatenpaste und einen Esslöffel Zucker. Das Ganze lassen wir entweder einen Tag stehen oder gießen gleich damit die Pflanzen. Hefe enthält viele Aminosäuren. So ein Aminosäuredünger stellt alle benötigten Nährstoffe zur Verfügung und ersetzt daher herkömmliche NPK-Dünger fast vollständig. Dank so einem Dünger werden diverse wichtige Nährstoffe pflanzenverfügbar gemacht, sowie Stickstoff, Phosphor, aber auch Eisen, Magnesium, Zink. Die Liste ist echt ewig lang. Ich hoffe, dieser Tipp wird euch helfen, noch mehr Tomatenernte aus eurem Garten rauszuholen. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann nicht vergessen, Daumen drauf hinterlassen. Und wenn ihr noch mehr Tipps sehen wollt, dann besucht meinen Kanal. Da habe ich noch einige Tipps auf Lager. Bis dann, bleibt grün!